Halt, lass uns sehen, als auch einer. Nein, 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 nein. Wir haben schon der letzte Tag. Die Burger sind mit einer weiß gleichen Feder. Wauw, Alter. Absolut! Möw, Halt mir auf, ich hab heute noch nichts gegessen. Können wir eigentlich, nochmal ganz kurz auf allen, weil es nicht mehr aufhelf, auf allen Channels nochmal sagen, vielen Dank an die Mots, die sich hier so mit der Funk kümmern soll. Ich weiß gerade nicht wer gerade zuhört. Ich finde es aber krass, wie wenn man wenig schläft, dass man dann so krass seine Muskeln wieder fährt. Der Muskelkater kriegt ja gerade am Rücken gelangt. Boah, scheiße, ich hab auch so harte Rücken-Schmerzen, echt. Jetzt guck ich wieder weg. Ja? 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 Was ist denn das hier? Boah, Alter. God-Mode, Alter, oder was? Toll. Rick und ich spürt sich wieder die Initiative. Nein. Wollte ich gerade mehr sollen, wen auch immer. Also, er hat ihn noch mal. Er ist natürlich wieder, er traut sich auch, muss man auch mal sagen, also die Haltpunkte... Ich würde echt nicht... Ich wünschte, ich hätte zugehört von Anfang an bei dem, was Robin von Lesserhörern war. Boah, nein. Nein, wirst du nicht. Nein, wirst du nicht. Nein, wirst du nicht. Ja, das finde ich ja so. Meister kommt... Ach, auch... Ja, nein. Das ist ein unheimlicher Alpen. Ah, okay. Das gibt ich nicht. Er hat seit Ewigkeit nichts getötet. Sie sind aber alle meinten. Kann er abdorfen. Ist mir vor Höhne auch die ganzen Zürze. Alter, ich hab gestern zum Beispiel auch umlanden getötet. Und übrigens richtig schlecht. Aber bist du sieben oder achtmal, hat er dann gestorben? Also 70? Das nicht. Dann ebenfalls Zweiter. Wann sieht man, wieviel der Mann ist? Und links drauf ist, glaube ich, das ist Grüne. Und das Grote ist der Weste, glaube ich. Nein, das Grüne ist Deins und das... Ja, und ich hab zwei Leute getötet. Komm, der kann so ein bisschen wie so ein... Oh, ja, krass. Du wärst da schön, aber... Krass, ich bin nicht Letzter. Ja. Well, that's a cool. Oh, yeah. 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 Wie dumm. Ich krieg auch Mull im Rücken. Wer ist denn das? Okay. Oh. Oh, Munition. Ich töte momentan so viel, dass ich gar nicht mehr weiß. Und wahrscheinlich auch ich. Ein Typ, ey. Ja. What? Das war... Wir waren das glatt. Das war witzig, ja. So, und dann hab ich... Beide im Kreis umeinander rumrennen und sich gegenseitig nachladen. Ja, das war auch wirklich cleverer. Nein. Alter, krass. Es geht da gar nicht. Tausend Leute auf einem Flecken. Was? Was? Da möchte ich immer 200 Euro spenden. Ich weiß aber nicht wie. Ohne PayPal? Nein. Wir haben auch ungefähr schon tausendmal gesagt, dass es leider nur auf PayPal geht. Und der leider auch auf PayPal. 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 Wie Kumpel. Ich weiß aber, ich will, dass Paul heißt, weil alle Paypal sagen. Ja, Paul. Das ist eigentlich voll. Jetzt ist aber eh zu spät. Nein, man ist nicht bescheuert, wenn man einfach daran ausspricht. Schau auf damit, du Rassist. Ja. Das war schön. Das macht ja nicht das Bock. Richtig Bock. Das hab ich eigentlich nicht so. Das gibt's ja nicht. Man kann's nicht wegkommen. Man kann's nicht wegkommen. Man kann's nicht wegkommen. Ja. Ja. Was? Wie konnte ich denn das jetzt nicht kriegen? Dieben. Wie soll ich denn hier nochmal vorbeugt? Nein. Wie soll ich denn hier nochmal vorbeugt? Dieben Crash? Äh. Ich weiß nicht, welcher Spieler ich bin. Den letzten Abschluss will ich jetzt warten. Die Killcam. Das ist ja keine Statistik mehr. Oh, da ist Trugrand verriegt. Ah, du hast mich jetzt jetzt gesündigt. Du kannst du dir mal beobachten, wie du sprichst. Du gibst mir nichts. Ey, das ist ja... Nein, der Orkan. Wie läuft. Alles klar. Ey, ich darf noch mal... Oh, 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 oh. Ich bin... Ich bin... Oh! 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 Nein! Ich glaube mittlerweile... Ich hab so... Ich hab so'n Schleierwand. Was macht ihr denn da grad? Ich hab so'n Schleierwand. 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 Ich hab so'n Armor. Ich hab so'n Schleierwand. Ach,gi... Ach,gustig. Ich hab so'n Schleierwand, okay. Ich hab so'n Schleier damit riskiert. Ach,gustig eine Lorema Milven. Mach uns nach. Aber nicht egal. Egal, wir machen. Frodoce ne eine eigene Liga und wie ihr 2. Ja, das ist die drei. Egal, wir ver Васillaiert. Egal. Wer ist das denn? Du schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es! Er will Krüppel! Wie machen wir welche Arten im Snykler? Scharfschütz! Ah ja, er macht den! Well, that's a sense, a very sense! Well, that makes Ilana Sansa! Ilana Sansa! Starf! 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 Jutze! Ich schütze eine Duelle! Ich glaube, das ist so ein beschissenes Starf! Schattest du das Gewert? Ja! Die sind man! Jutze! Achso, L1! Das ist gut! Oh, jetzt hab ich den Bart! Oh no! Man braucht mehr als einen Schuss! Ich hab schon Minus 50! Ey, wenn der den linken Stick reindrückt! Ja, das ist ja an, haltet den Lüft an. Ah, gut. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit dem Quicksburg war. Ich konnte das noch nicht. Ja, das war doch auch ein Schnappraum. Dieses Schnappchen sind sehr langsam. Ja, 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 ja. NOSGO! Oh, Baby, Baby, NOSGO! Leute, ich glaube, ich werde einen Schneemann bauen in der Zeit hier. Ja. Ja, stimmt. Hau rein! Wie konnte das denn passieren? Oh, Alter, wir haben einen Geruch. Übel. Wollen wir vielleicht die Regel machen, dass wir nicht... Welchen Stick drückt man rein? Äh, den linken Stick hätte ich reingedrückt werden. Oh, das ist ja gar nicht vieler mehr. Oh, das ist ja gar nicht vieler mehr. Oh, das ist ja gar nicht vieler mehr. Er sagt doch, dass er dann voll kasselt und just distressed. Boom in den Kopf. Ah, shit, ja. Ja, ich habe gewusst, dass du den gestehst, aber ich wusste nicht, ob du es weißt. Doch, wusste ich. Boom in den... Nein, boom in den... Boom gar nichts, gar nichts, boom! Yes! Alter, ey! Das war meiner, Flo. Oh, 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 oh. Was? Ich. Probier's einfach. Mir! Ich hab dir jetzt mal voll zwischen den Fein geschossen. Das ist wie ein Arsch. Oh mein Gott, er hat Manuel neu erschossen. Durchs Loch so durch. No Scope, no Scope. Ich hab den Fein, gell? Yeah! Schmack. No Scope, roto Scope. Ne, du musst die allein stellen. Komm, so Robert. Geh ab, Alter, geh ab. Geh ab, Backe. Du gehst ab. Er ist emotional, emotional, selbstsicher. Oh shit. Robert ist emotional. Robert ist selbstsicher. Ich bin selbstsicher? Robert ist sehr selbstsicher. Also, ich bin selbstsicher? Mach Robert doch irgendwie so zu so einem Soziopathen oder so. Er ist so nett. Er heutet Frauen im Keller, aber er ist so nett. Wir lieben ihn alle. Was bist du denn, Robert? Mann, Alter, wer ist denn da hinter mir? Welche blöde Sau. Ne, bist du ein Bücherloch? No Scope. Wurde ich grad gemessert? Warte kurz, warte kurz. Könntest du bitte nie wieder No Scope dich freuen, wenn du so dicht mit dem Lauf vor jemandem stehst? Das ist ein bisschen doof. Alter, das gibt's ja nicht. Ja, aber wer hat dich geholt? Frodo war halt ein harter, harter Lacker gerade. Wie, 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 wenn? Also, ne, gar nicht Lacker. Das war jetzt falsch. Frodo hat tatsächlich gerade, ähm, so Skillshot oder so. Guck mal hier. Moment, war jetzt die Lackstunde? Dass man... Ja, das ist auch zu sauber. Eigentlich nicht. Wie bitte? Wie bitte? Oder was? Nernst du nicht? Ja, aber du bist auch viel zu kurz vergottet worden. Ja, ne, aber wo du hinziehst, geht das Ding auch hin. Oh, zwei Typen? Das glaube ich nicht, ne. Irgendwo. Oh ja. Wieso, lass mal nicht campen, Frodo so. Du, ich stell mich mal da oben. Alter, ich hab da gerade eben noch auf einen geämmt und dann guckt wohl die andere rüber, weil wir dann eben waren da unten entgangen. Zwei. Ja, ich. Hä? Wie bist du hochgekommen? Ich bin nicht hochgekommen, ich bin gerade gestorben. Ich hab neben dir gestanden. Ah, siehste? Wie liegt das, war das? Wie liegt das, war das? Das sind Pitten, die... Ich hab nämlich mich auf die Beine... Ich hab ja gerade gesagt... Ich bin ja gestorben. Ich bin ja gestorben. Ich bin ja gestorben. Ich hab... Wie hast du jetzt eigentlich erlaubt? Ne, nur Scharfschütze. Wie ist das hier sozial? Sozial ist ja wohl ein Bro, ne? Alter, wer springt da schon wieder... Ist das besonderes N.E.G. oder so? Boah, Alter! Es gibt doch Tatsachen, die wir heute Nacht auch machen müssen. Das ist... 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 16.56 Uhr. Bist du gesetzbar, der Bro? Ja, dann möchte ich mal gucken, wie wir dann weiter brauchen. Ja, wir müssen dann wirklich erst mal gucken. Ja, das ist schon... Können wir den Spindern auch schon die 20.00 Uhr? Ja? Ja, wir haben jetzt in Facebook nicht gesehen. Jetzt hab ich doch, dass es echt krass so an Gavé angelegt ist. Oder diese... Das sind Videos. Ich bin Kinnisch! Das ist der Kinnisch! Ah, shit! Boah! Ich hab gerade nicht verstanden. Was denn? Na, äh... Das neue Hafti-Video. Das ist sehr, sehr nah an äh... Von... Von Gavé... Äh... Der Stress gemacht hat. Oder von Nia, äh... Wie das die halt übertrieben total sind. Also richtig heftig. Aber halt... Sau wertvoll von der... Vom künstlerigen Geschleifung. Tatsächlich muss ich das dem neuen Hafti-Video auch zurechnen. Weil dann so ganz viele krasse... Boah, wer war das denn? Ich von Zwischenschnitte aus Happy Wiesen. So... Wo Leute auf den Händen sind. Und du... Und du... Schaust du selbst mal und bist halt ein bisschen geschockt. Weil es halt echt eine krasse Gewaltdarstellung ist. Aber auf der anderen Seite... Verherrscht ist es halt nicht so. Sondern es ist einfach down und schockiert. Das ist nicht ganz cool. Ja... Also man muss halt damit umgehen können. Aber bei... Bei... Bei Justice Press... Äh... So ist ja auch mit einer... Mit so einer Jugendgang quasi unterwegs. Durch Paris. Und alles kam. Und man komplett eskannte dabei ist. Und äh... Aber du so diesen Spiel... Äh... Dieser... 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 Dieser Pordwörfer hast... Eigentlich wird da die Gewalt nämlich nicht glorifiziert. Sondern halt einfach so dargestellt, wie sie tatsächlich ist. Ja. Und... Da ist dann die Kritikgang ein bisschen falsch. Natürlich kann man kritisieren. Das ist nur zur Provokation. Aber die Kritik ist einfach dann falsch. Das Gewalt hat nicht glorifiziert. Das ist alles. Das geht nicht. Äh... 60 von... Layel. 36. Bin seit 19 Uhr dabei. Musste dann um 7 Uhr morgens. Aber doch mal 5 Stunden schlafen. Danke für die vielen tollen Stunden. Yay. Ein... Einfach mal so zu machen. Bleibt so wie ihr seid. Ey, wer schießt da auf mich? Ihr... Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ich... Oh, rickidickie, Alter. Du bist eine... Oh, boah. Rickidickie, Alter. Was war's denn? Ich war ein witziger Typ auf, der mit... Fast doppelter Puckseil führt, also... Ja, natürlich. Ich spiele. Ah... Ja... Weißt du, wie ich führe? Me... 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 Ja, kein... Du hast... Du kannst... 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 Das Spiel... Er heißt... Irgendwann habe ich mir Stippenpunkt abgezogen, und ich bin so ausgetickten. Ja, das war's nur. Da war's nur. Äh, Flo, aber... Da hat mich Stippenpunkt... irgendwie... Bei Stippenpunkt irgendwie... ich bin so ausgerastet weil ich es nicht mehr fassen konnte unter anderem drei runden wir haben eine gute wir haben eine gute methode damit umzugehen wir sind alle gleich so eine graue masse die sich tarnt im schnee um nicht aufzufallen weil wir das ist ein stresshormon Ich war gesandwiched. Alter, nein, nur weil ich nachladen musste. Ja, ich hatte auch noch einen Schuss. Letzter Schuss, ey. Zu ein Schwein, aber du hast mich dreimal treffen müssen. Habe ich mich treffen müssen? Ja, du musst immer irgendwie so Bein, Bein. Bein, Bein, Kopf. Weißt du was? Ich habe gerade zwei Fählungen. Wer ist denn das? Ist das wieder du oder was? Oh, Alter, was? Nein! Hat er das Bein geholt? Oh, ja, hat er, der Brenner. Yes, Swinehund! Jetzt mal nochmal den Atem an. Boah, hey, gut. Linker Stick, aber ich stelle irgendwie fest, dass ich das Buch nie benutze. Ja, ich... Oh, das habe ich noch benutzt. Selbst wenn da jemand steht... Das Geile ist, jetzt, wo ich COD spiele, will ich die Kommentare nicht mehr lesen. Wobei man halt so sagen muss, dass wir... Ist hier? Ja. Boah, krass. Das ist, äh... Das, was man... BAM! Ja. Ja. Vielleicht. Alter, was? Dann pack doch mal anzuschneiden. 24 Stunden Materialsicht. Ist nicht so ganz ohne. Ging nicht. Wir haben noch einen Tagesprozess erstellt. Achso, ja, ich hab da schon...